Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Anleitungsvideo von mir, das heute ausnahmsweise mal ein Problemlösungsvideo ist und zwar geht es um gehekelte Socken und ich habe schon von einigen von euch Nachrichten bekommen, ja Romy, wir haben hier so ein paar Probleme, wenn wir die Ferse fertig gehäkelt haben und dann in Runden weiter häkeln wollen nach oben, dann entstehen links und rechts neben der Ferse so kleine Löcher und wie können wir verhindern, dass das, also hier ist noch viel größer, wie können wir verhindern, dass das so kommt und dass das so ist und das habe ich jetzt hier mal als Beispiel vorgehäkelt, um euch das Problem zu zeigen, falls es bei euch auch aufgekommen ist, ich ribbele diesen Teil jetzt mal auf, um euch zu zeigen, wie man das besser machen kann, dass das nicht passiert und zwar gehe ich genau zu dieser Stelle hin, ribbele das Stäbchen vor dieser Stelle auch nochmal auf, die letzte Masche hier an der Ferse, da häkel ich das Stäbchen nur zur Hälfte, also ich masche es nur zur Hälfte ab, dann habe ich zwei Maschen auf der Nadel und ich gehe direkt hier rein, direkt daneben, wo eigentlich die Kettmasche, die letzte Kettmasche der Ferse ist, häkel das Stäbchen nur zur Hälfte und dann masche ich beides zusammen, aber das heißt also, ich häkel zwei Maschen zusammen und dann habe ich das Problem hier an dieser Stelle nicht. Ich häkel mal weiter, bis ich auf der anderen Seite der Ferse ankomme und zeige euch das dort dann nochmal und wie es dann im Ganzen aussieht. Seht ihr, also hier ist es schon wesentlich dichter und zugehäkelter, als es eben noch ausgesehen hat. Und ich bin jetzt hier bei der letzten Masche vor der Ferse angekommen, häkel auch hier das Stäbchen nur zur Hälfte, habe dann wieder zwei Maschen auf der Nadel und gehe dann in die Kettmasche, so kann ich es am besten zeigen, wo ursprünglich die Kettmasche reingehäkelt wurde von der vergangenen Runde von der Ferse und häkel dann beide Stäbchen zusammen. Das heißt, ich habe ja keine Zunahme gemacht, kein zusätzliches Stäbchen gehäkelt und dadurch, dass ich beide zusammen abgemascht habe, ist das wie eine Maschenabnahme. Und auf diese Art und Weise habe ich hier diese Lücke gefüllt, die eben noch da war und das Ganze geschlossen. Und deshalb ist hier kein Loch weiter entstanden, auf beiden Seiten ist es zu. Und ich kann ganz normal weiter häkeln und habe keine Löcher in der Socke, so wie es eben noch war. Und auf diese Art und Weise kann man das Problem ganz einfach lösen, dass ihr eben, wie gesagt, wenn die Ferse fertig gehäkelt ist und ihr den Übergang macht zum Schaft, dass keine Löcher nach der Ferse entstehen. Und ich hoffe, ich konnte euch hier weiterhelfen bei der Problemlösung Häkelferse und wünsche euch ganz viel Spaß beim Weiterhäkeln und hoffe, dass ihr weiterhin problemfrei zu eurer Wunschsocke kommt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid und ja, viel Spaß beim Nachhäkeln. Bis zum nächsten Mal, eure Romy. Tschüss! Tschüss!